Hallo Welt! Was passiert eigentlich, wenn wir im Alltag mit anderen Menschen sprechen? Man wird ja vergewöhnlich davon ausgehen, dass Worte und Gedanken gar nicht direkt von Person zu Person übertragen werden, sondern dass alles in Wahrheit nur Schall ist und dass die Schallwellen vom Gehirn der jeweiligen Person, ob es nun ich bin oder die andere Person, interpretiert wird als Sprache. Und dass die Gehirne eben in keinem direkten Kontakt zueinander stehen, sondern sozusagen sind wie zwei einsame Inseln mitten im Pazifik in vollkommener Isolation voneinander. Und wenn es so etwas wie einen Wesenskern gibt, ein Ich in uns, dann ist dieses Ich eben Robinson Crusoe, der auf dieser Insel gestrandet ist. Und der sich im Gespräch mit dem Anderen nur vorstellt, dass er dem Anderen wirklich begegnen würde. Und der sich eben nur vorstellt, dass man irgendwie Gedanken miteinander austauscht und wirklich Worte mittels Sprache und nicht nur Schallwellen. Ja und daran erkennt man, wir haben heute immer noch diese Vorstellung, dass der Mensch sich aus einer Maschine zusammensetzt, seinem Körper, die eben nach physikalischen Gesetzen oder Ähnlichem abläuft und dazu aus seinem Geist, nämlich eben aus seiner Vorstellung, aus seiner Wahrnehmung oder aus seinem Bewusstseinsstrom, aus seinem sinnlichen Erleben, wie man es auch immer nennen mag. Und an dieser Vorstellung knüpft Gilbert Ryle mit seinem Buch Der Begriff des Geistes an. Das ist ein Klassiker, der Philosophie des Geistes aus dem 20. Jahrhundert erschien im Jahr 1949. Der englische Titel heißt The Concept of Mind. Und Ryle geht es eben vor allen Dingen um den Begriff des Geistes, das heißt um die ganzen Konzepte, die wir uns vom Geist machen, vom Bewusstsein, Wahrnehmung und so weiter. Und er kritisiert eben genau das, was ich gerade als die beiden Beispiele angeführt habe. Einmal diese Vorstellung, dass wir tief in unserem Inneren eingesperrt sind auf unserer einsamen Insel, beziehungsweise gestrandet auf dieser Insel oder eingesperrt in unserer Einzelhaftzelle im Verlies unseres Geistes und auch gleichzeitig dann, dass der Körper eben eine Art Maschine ist, in der der Geist irgendwie herumspukt. Aber um diese Vorstellung zu enthüllen, meint Ryle, muss man eben tief graben, beziehungsweise diese Vorstellungen und die Konzepte, die dazu führen, dass wir in diese Theorien gelangen, die sind schon vor aller Theoriebildung enthalten. Und Ryle orientiert sich deswegen sehr an der alltäglichen Sprache, in der wir nämlich zum Beispiel vom Bewusstsein ganz anders reden in der Philosophie. Man kennt das entweder aus der Philosophie oder Spiritualität, irgendwie setzt man wie, alles ist Bewusstsein. In der Alltagssprache ist zum Beispiel ein Mensch eben gerade dann bei Bewusstsein, wenn er nicht ohnmächtig ist. Das ist zum Beispiel Bewusstsein in der Alltagssprache. Und Wahrnehmung ist auch nicht irgendeine unmittelbare Gegebenheit, sinnliche Gewissheit oder Ähnliches, sondern zum Beispiel, ja, Wahrnehmung enthält auch schon ein Urteil über etwas. Also Wahrnehmung beinhaltet irgendwie ein subjektives Urteil darüber, ob etwas eben wahr ist, Wahrnehmung oder nicht. Genau. Und so was ist nochmal die Intention von Ryle, die er mit seinem Buch verfolgt. Zum einen will er eben darlegen, das kann man dann eben als negative Intention bezeichnen, dass viele Probleme, um die sich die Philosophie des Geistes dreht, in Wahrheit Scheinprobleme sind. Also schon die Probleme sind Konstrukte, sie beruhen auf falschen Konzepten, falschen Vorstellungen, die wir uns machen. Und positiv formuliert kann man vielleicht sagen, dass er in dem Buch eine Art Minimalanthropologie entwirft, also eine Lehre von Menschen, die wirklich letztendlich auf dieser Tautologie beruht. Der Mensch ist Mensch. Gut, ein bisschen näher formuliert vielleicht noch, er ist ein Animalrationale, also ein vernunftbegabtes Lebewesen, wie es in Anlehnung an Aristoteles häufig gesagt wird. Genau, aber dabei muss man eben beachten, die Vernunft, er achtet er auch nicht als reduzierbar oder ähnliches, sondern der Mensch ist einfach nur Animalrationale. Und ja, gerade in der Philosophie des Geistes gibt es eben verschiedene klassische Positionen. Zum einen eben der Dualismus, die Trennung von Körper und Geist, die gerade schon beschrieben wurde, aber eben auch dann in Materialismus, die Behauptung, der Geist ist irgendwie ein Produkt des Gehirns, oder eben in Idealismus, alles ist Bewusstsein, alles ist Geist. Und Ryle grenzt sich von allem ab. Also er ist weder Dualist, noch ist er Materialist, noch ist er Idealist. Und das bringt ihn auch dem Materialismus nicht näher, wie man vielleicht meinen könnte, also der Vorstellung, dass eigentlich nur das Gehirn wirklich ist, alles andere Illusionen, sondern er sagt dann eben historisch über den Philosophen René Descartes, dass der mit seiner Theorie vom Dualismus, den Descartes nämlich entworfen hat, dann doch näher an der Wahrheit war oder zumindest konsequenter gedacht hat, als Thomas Hobbes, der einen vergleichbaren Materialismus vertreten hat. Also Descartes, der hat immerhin beide Seiten irgendwie vertreten, Körper und Geist, und Hobbes hat nur die Materie gesehen. Und er kritisiert beide eben stark, aber am Ende spricht er sich doch für Descartes aus. Also in dem Sinne dann doch eher für den Geist als allein für den Körper. Aber was er eben bei beiden kritisiert, ist das mechanistische Denken. Eben das Märchen vom Geist in der Maschine, wie er es dann gerne nennt, oder eben von der Maschine allein, wenn man die Existenz des Geistes leugnet. Auf jeden Fall eben dieses mechanistische Denken. Genau, und das Buch, das wird häufig der Philosophie der normalen Sprache zugeordnet. Wie ich gerade schon gesagt habe, orientiert Ryle sich sehr an der Alltagssprache. Und was bemerkenswert ist, ist vor allen Dingen, im ganzen Buch nennt er nur sehr wenige Philosophen beim Namen und insbesondere keine zeitgenössischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Und er verwendet auch keine Quellenangaben, weil er geht eben so sehr davon aus, meines Erachtens auch zu Recht, dass fast überall, wo Philosophen irgendwie über den Geist sprechen, schon gewisse Einigungen und so sind vor theoretische Entscheidungen, die getroffen wurden, die letztendlich schon vom kathesischen Dualismus, also vom mechanistischen Denken derart geprägt sind, dass schon an der Stelle alles verloren ist. Deswegen lässt er quasi die Philosophen erst mal fast komplett beiseite und orientiert sich nur an der Alltagssprache. Aber von der Alltagssprache ausgehend versucht er dann immer zu erkennen, wie die Philosophen zu ihren Fehlschlüssen gelangen, also was sie dabei falsch machen. Und Ryle weiß dann eben meistens nach, dass es sich um sogenannte Kategorienfehler handelt. Das heißt, es werden irgendwie Sachen miteinander verglichen oder gleichgesetzt, die eigentlich nicht verglichen oder gleichgesetzt werden können, weil sie verschiedenen logischen Kategorien angehören. Genau, und eine zweite Zuordnung ist die zum Behaviorismus, Behaviorismus, genauer gesagt zum logischen Behaviorismus. Behaviorismus ist erst mal in erster Linie aus der Psychologie bekannt. Und da gibt es dann zwei Sachen, die kann man vielleicht unterscheiden, als methodischen oder epistemologischen Behaviorismus und als metaphysischen Behaviorismus. Der methodische Behaviorismus in der Psychologie war erst mal die Auffassung, dass man ja nicht in den Menschen hineinschauen kann. Und wenn die Psychologie eben reproduzierbare, wissenschaftlich korrekte Ergebnisse liefern will, dann muss sie allein auf das achten, was sich beobachten lässt. Und das ist das Verhalten des Menschen, also Behavior auf Englisch, daher Behaviorismus. Das ist erst mal nur methodisch, weil es darum geht, wie man zur Erkenntnis gelangt. Metaphysischer Behaviorismus wäre dann die Leugnung dessen, dass es überhaupt so etwas wie eine Innenseite des Menschen gibt, also dass der Mensch mehr sei als sein eigenes Verhalten. Das wäre der metaphysische. Ryle, also wenn Ryle einen Behaviorismus vertritt, dann ist es aber weder das eine noch das andere, sondern der logische Behaviorismus wird eben darin bestehen, dass die Logik unserer Sprache, wie wir gerade über den Geist und uns selbst und unser Leben in der Welt sprechen, dass sie häufig letztendlich doch an Verhaltensweisen orientiert ist. Also ja, dass unsere Sprache von vornherein am Verhalten orientiert ist. Aber ich muss dazu sagen, Ryle erklärt weder die Orientierung an der Alltagssprache als auch den Behaviorismus irgendwie programmatisch. Also das ist einfach das, was sich bei ihm immer aus der Dynamik seiner Gedanken heraus ergibt. Er schreibt sich aber nirgendwo im Buch einer dieser beiden Denkschulen zu. Genau, und die Zuschreibung vom logischen Behaviorismus, die habe ich bei Daniel Dennett gefunden. Der hat zu meiner Ausgabe des Buches von Ryle das Vorwort geschrieben, war auch ein Schüler Ryle's. Was ganz interessant ist, weil Daniel Dennett gilt häufig als sehr überzeugter Materialist. Also der vertritt eine Position, die Ryle geleugnet hat. Aber das nur am Rande. Ja, und ich würde sagen, man kann eigentlich direkt mit dem Qualia-Problem einsteigen. Also Ryle, der behandelt dann in dem Buch eben alle möglichen Konzepte und Probleme der Philosophie des Geistes ab, indem er sich an der Art und Weise orientiert, wie wir wirklich im Alltag tatsächlich darüber sprechen und wie wir im Alltag sinnvoll kommunizieren. Genau, und in der Philosophie des Geistes, gerade unter den Dualisten oder Idealisten, also den Leuten, die irgendwie den Geist verteidigen wollen, das Bewusstsein, da existiert das Konzept von Qualia. Qualia, das sind eben mit anderen Worten subjektive Erlebnisgehalte oder Sinnesdaten oder die Bilder, aus denen sich der Strom unseres Bewusstseins zusammensetzt. Und häufig wird dann beispielsweise so argumentiert, dass in der Physik, da gibt es Farben nur anhand von Wellenlängen, aber Farben in unserer Wahrnehmung sind ja etwas anderes. Farben sind dann eben irgendwie Qualia. Also wir haben irgendeine Empfindung davon, wie Farben sind, was Farben sind und die geht nicht auf in unserer Beschreibung der Dinge, sondern die ist allein dem Sehen subjektiv zugänglich. So ähnlich würde man für Qualia argumentieren. Aber Ryle, der ist da eben anderer Ansicht. Also, ja, wenn wir uns jetzt jemanden anschauen, der einfach nur eine Blume betrachtet, da könnte man jetzt eben sagen, okay, der sieht jetzt diese Blume und dieses reine Bild der Blume, das ist Qualia. Und es ist allein in seinem Bewusstsein, deswegen würde man sagen, Qualia bestehen quasi aus Bewusstsein. Und gleichzeitig sind Qualia aber auch jenseits der Sprache. Auch Farben zum Beispiel kann ich ja nur mit Worten bezeichnen, aber das Wort enthält ja nicht die Farbe oder ähnliches, würde man sagen. Aber offenbar müssen Qualia trotzdem beobachtbar sein, weil ich mich ja sprachlich über sie äußern kann. Sie sind insofern reine Signifikate, also Sachen, die ich allein bezeichnen kann, aber nicht selber in einem Zeichen, in einem Wort aufheben und irgendwie reproduzieren kann. Ja, aber Ryle, der meint schon, dass da jetzt gewisse Dinge vermischt werden. Zum einen hält er das Wort beobachtbar für problematisch oder diese Auffassung vielmehr, weil eine Beobachtung nach Ryle immer aus einem gewissen Interesse heraus erfolgt, während man über Empfindungen, Qualia sollen ja eigentlich Empfindungen sein, eher sagen würde, dass sie einfach da sind oder nicht da sind. Und vor allen Dingen ist es aber so, dass man bei Beobachtungen Fehler machen kann, bei Empfindungen aber nicht. Also ich kann mich bei Beobachtungen täuschen. Es war vielleicht, wenn ich irgendwie gedacht habe, ich habe irgendwo im Halbdunkel irgendein Tier gesehen, was sich bewegt hat, vielleicht war es dann doch nur ein Blatt, was irgendwo gefallen ist. Und dann habe ich am Ende doch kein Tier beobachtet, sondern eben nur ein Blatt. Und die reine Empfindung, da würde ich mich dann ja nicht drin täuschen. Dazu kommt noch, dass man bei Beobachtungen irgendeine Aufmerksamkeit mitbringen muss. Und wenn ich jetzt mir diese Blume anschaue, dann könnte ich zum Beispiel diese Blume pflücken und gleichzeitig ganz doll verliebt sein. Und meine Aufmerksamkeit wandert dann zwischen der Blume und der Verliebtheit hin und her. Ja, aber während ich zum Beispiel aufmerksam irgendwie jemandem zuhören kann, der mir etwas erzählt, also insofern das, was er erzählt, beobachten kann, kann ich zum Beispiel nicht aufmerksam einen Ohrwurm haben. Das sagt Ryle dann an einer Stelle. Also der Ohrwurm ist dann zum Beispiel schon die reine Empfindung, er ist schon da. Also deswegen muss man wirklich aufpassen, wann man von Beobachtungen spricht und wann nicht. Und Riles Lösung, die geht dann schon ein bisschen in die Richtung, also er spricht übrigens nie selbst von Qualia, aber das ist das, was er meint am Ende. Das lässt sich seiner Argumentation entnehmen. Riles Lösung besteht quasi darin, dass ja erstmal Bewusstsein auch immer Bewusstsein von etwas ist. Also Bewusstsein ist nicht etwas, was allein in sich selbst irgendwie besteht. Es stellt keinen Raum dar, in dem irgendwelche Bewusstseinsinhalte anzutreffen wären, kein Ort oder ähnliches. Ja, sondern es ist eher eine geistige Handlung, ein geistiger Akt, eben mit Beobachtungen verbunden. Und wenn Bewusstsein von etwas ist, dann ist das etwas, wovon das Bewusstsein ist, nicht selbst wieder Bewusstsein. Also wenn ich Bewusstsein von Qualia haben kann, dann bestehen die Qualia deswegen aber nicht aus Bewusstsein. Und insbesondere lässt sich sagen, dass Qualia eben nicht selbst beobachtbar sind, wie es ja vorausgesetzt wird, um diese Theorie zu rechtfertigen, dass Qualia für die Existenz des Bewusstseins sprechen oder für den Idealismus oder ähnliches, sondern dass sie einfach Beobachtungen begleiten. Ja, das ist dann zum Beispiel Riles Kommentar zum Qualia-Problem. Und ich muss hierbei sagen, Ryle geht noch deutlich weiter, deutlich tiefer, als ich das hier in diesem Video machen kann. Aber ich will euch hier zumindest einen Vorgeschmack liefern. Und er bringt wirklich tonnenweise Beispiele und tonnenweise Überlegungen. Und was er meines Erachtens auf jeden Fall überzeugend zeigt, ist, dass die Philosophie des Geistes meistens noch viel zu undifferenziert vorgeht. Genau. Und was sich an wiederkehrenden Motiven findet in seinen Überlegungen, sind dann eben gerade diese Vorwürfe des mechanistischen Denkens. Also Kabel- und Schalterfragen, im Englischen Original, Wires and Pulleys, Questions, zum Beispiel Fragen der Art, ob irgendetwas nicht irgendetwas voraussetzt, also ob die Existenz von Qualia nicht voraussetzt, dass das Bewusstsein eigenständig existiert oder ähnliches. Und das Wort paramechanisch wird in dem Zusammenhang auch oft angeführt. Damit meint dann Ryle dann eben die Übertragung unserer Auffassung, wie eine Maschine funktioniert, auf den Geist. Also dass am Ende auch alles eng, karsal zusammenhängen muss nach dem strengen, unumgänglichen Gesetz von Ursache und Wirkung. Und er spricht dann auch immer von der offiziellen Doktrin. Und ihn stört auch, dass wir, wenn die Dualisten recht haben, zwei Dinge gleichzeitig machen würden häufig. Ja, und so wurstelt Ryle sich eben durch die ganzen Vorurteile der Philosophie des Geistes. Und die Lektüre ist tatsächlich auch sehr ermüdend, weil sie wirklich sehr detailliert, sehr kleinschrittig und entsprechend auch langatmig ist. Ja, und häufig wird auch immer noch vom freien Willen gesprochen. Der freie Wille, das lässt sich nun relativ leicht zeigen, dass der dem mechanistischen Denken angehört, weil das ist irgendwie auch die Vorstellung, dass man erst eine Entscheidung trifft und dann anschließend die Handlung durchführt. Und die Entscheidung wird sozusagen im reinen Geist getroffen und die Handlung dann ist der reine Körper und da ist dann irgendwie halt auch der Geist, der den Körper steuert und bedient. Und wobei der Körper auch nur eine Maschine ist. Ja, und diese Vorstellung, das ist jetzt erstmal meine persönliche Einschätzung, die setzt damit ja auch diesen Dualismus irgendwie voraus und die zerreißt gerade das, was der menschliche Leib ist, als verkörperte Subjektivität und zerreißt auch den lebensweltlichen Kontext, in dem die Handlung stattfindet. Ja, und Ryle hat eine ziemlich einfache Antwort darauf. Nicht nur auf den freien Willen, sondern auf den Willen überhaupt. Nämlich im Alltag bezeichnen wir eine Handlung immer nur dann als gewollt oder in aller Regel als gewollt, wenn sie absichtlich geschieht. Das heißt, wenn das Ziel des Handelnden mit dem Ergebnis seiner Handlung übereinstimmt und wenn er auch überhaupt auf ein Ergebnis abgezielt hat, während eine ungewollte Handlung eine versehentliche ist. Also eine, bei der diese Übereinstimmung nicht gegeben ist und wo vielleicht auch gar kein Ziel der Handlung vorliegt. Ja. Und das ist für Ryle dann eben im Wesentlichen der Wille. Und daran sieht man, im Alltag beurteilen wir den Willen anhand des Ergebnisses der Handlung und nicht allein anhand des Ziels. Also wenn der Wille im Entscheiden liegt, dann müsste ja der Wille unabhängig vom Ergebnis der Handlung sein. Aber das leugnet Ryle dann eben. Gut, er hat noch viel mehr dazu zu sagen, wie gesagt, aber ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Sondern stattdessen, was auch noch ein interessanter Aspekt ist, der oft nicht nur unter Philosophen, sondern auch unter spirituell Interessierten häufig diskutiert wird, ist das Ich, das Ego, das Selbst. Und hier ist schon diese Formulierung, das Ich, problematisch. Weil das so klingt, als ob man das Ich zu einem Gegenstand machen könnte, zu einer Sache, die sich irgendwie, ja vielleicht nicht anfassen, aber zumindest bezeichnen lässt, zu einem Signifikat. Aber im Alltag sagen wir ja nicht, wenn unser Fuß weh tut, meinem Ich tut seinen Fuß weh, oder Ähnliches, sondern wir sagen, mir tut mein Fuß weh. Also in dem Satz, mir tut mein Fuß weh, ist weder das Ich enthalten, noch irgendwie das Selbst oder das Ego oder Ähnliches. Und wenn wir beim Frühstück sitzen, mit unserer lieben Familie zusammen oder Ähnliches, dann sagen wir auch nicht, kann dein Selbst und meinem Ego mal die Butter reichen, sondern kannst du mir die Butter reichen. Und da kann man jetzt schon skeptisch werden, ob sich eben das Ich, ja grammatikalisch ist es ja immer ein Objekt irgendwie, nee nicht grammatikalisch, aber eben von der damit verknüpften Vorstellung, eine Sache. Und genau da liegt eben der Irrtum. Wenn das Ich eine Sache wäre, die man bezeichnen könnte, dann wäre ich ein reiner Name, also eben wirklich der Name, als der Name, den ich einer Sache gebe, zum Beispiel wie ich Bäume, Baum nenne, also das Wort, was ich dafür verwende, oder ein Auto, ein Auto nenne. Aber Ich ist ja kein Nomen, kein Name, sondern ein Pronomen, wie man eben in der Grundschule schon lernt. Und Pronomen bedeutet wörtlich übersetzt für einen Namen. Also Ich ist ein Zeichen, welches wiederum nicht Zeichen für eine Sache selbst ist, sondern auch nur für einen Namen, und zwar für den Namen der Person, um die es geht. Also es ist ein Personalpronomen. Und das kann man sich dann daran erschließen, Ich sage zum Beispiel eine Person A, wenn sie sich auf sich selbst beziehen will, mit dem, was sie sagt. Und Du sagt eine Person A zum Beispiel, wenn sie sich auf eine Person B bezieht, die sie auch gleichzeitig anredet. Während dann zum Beispiel die dritte Person kommen würde, wenn es um eine Person C geht, die nicht angeredet wird. Genau, und ja, das Problem davon, wenn irgendwie von dem Ich, dem Ego oder auch von dem spirituellen, kosmischen, universellen Selbst etc. gesprochen wird, ist eben Ich und noch viel mehr Selbst oder erst mal Ich ist eben kein Nomen, sondern ein Personalpronomen. Und Selbst, ja, das ist ja irgendwie noch was anderes. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie das grammatikalisch einsortiert wird, aber das ist ja, das Selbst existiert ja auch nicht als irgendwie ein Objekt, was sich bezeichnen lässt, sondern existiert auch als diese reflexive Wendung. Also man fügt sich selbst irgendwie Unglück zu, indem man, keine Ahnung, zu viel Alkohol trinkt. Und da ist dann das Selbst. Also das Selbst ist auch ein Wort, welches aber nicht irgendwie ein Subjekt oder Objekt darstellt. Ja, und das soll es jetzt auch erst mal schon gewesen sein. Wie gesagt, es geht noch viel weiter und auch zu den drei angesprochenen Dingen, also Qualia, der Freie Wille und das Ich. Dazu sagt Ryle auch noch viel mehr. Also ich kann das hier nur anreißen und das Buch ist wirklich eine Flut von Gedanken. Deswegen soll es erst mal bei diesem Vorgeschmack bleiben. Was man trotzdem allgemein schon sagen kann, ist eben, dass Ryle gerade darauf aufbaut, dass diese ganzen Begrifflichkeiten wie Wille, Vorstellung, Wahrnehmung, Bewusstsein und vielleicht auch Geist etc. im Alltag andere Bedeutungen haben als die, die sie in der Metaphysik oder zumindest in der offiziellen Doktrin der Metaphysik erlangen. Und dass gerade diese Konzepte der Metaphysik eben auf paramechanischen Mythen, auf theoretischen Konstrukten beruhen, die eben die eigentliche Bedeutung, welche durch die Art und Weise, wie wir im Alltag über sie sprechen, gegeben ist, verzerren. Ja, und das ist ein sehr radikaler Ansatz. Es ist nicht immer ganz klar, inwiefern Ryle jetzt wirklich dann auch meint, dass es sinnlos ist, über den Geist zu philosophieren. Also inwiefern die gesamte Philosophie des Geistes schon aus Scheinproblemen entsteht oder ob es ihm nur darum geht, dass die gegenwärtigen Konzepte eben unzureichend sind. Das macht Ryle nicht hundertprozentig deutlich. Was man aber auf jeden Fall kritisch anmerken kann, ist, dass der Dualismus definitiv älter ist als Descartes. Also Descartes gilt ja als Begründer des Substanz-Dualismus von Körper und Geist und der hat im 17. Jahrhundert gelebt. Aber Vorläufer des Dualismus sind ja mit Sicherheit auch sämtliche religiösen Vorstellungen, wonach irgendwie die Seele weiter existiert, wenn der Körper schon gestorben ist. Und ein Beispiel zum Beispiel aus der Bibel bei Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 15 Vers 44 da sagt Paulus dann zum Beispiel auch ganz deutlich Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Und natürlich kann man diese Vorstellung auch kritisieren als Wunschdenken oder Angst des Menschen vor seiner eigenen Sterblichkeit und so weiter. Aber man muss ja auf jeden Fall dann zugeben, diese Vorstellung ist eben älter als das 17. Jahrhundert und deswegen der Dualismus allein hat deswegen noch nichts mit dem mechanistischen Denken zu tun und ja es wäre dann eben die Frage gibt es auch einen nicht mechanistischen Dualismus weil Ryle kritisiert ja vor allen Dingen dieses mechanistische Denken noch stärker als den Dualismus und lässt sich für den vielleicht anders argumentieren. Das war's für heute. Schaut euch noch die Videotipps an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.